Musik Also im GGS ist einfach eine coole Atmosphäre und ich habe hier auch voll viele Freunde und deswegen gehe ich echt gerne hier zur Schule Als Schule fürs Leben wollen wir es hier am Goldberggymnasium jedem Schüler und jeder Schülerin ermöglichen, ihren Platz zu finden Ich finde, das GGS ist eine tolle Schule, weil sie für alle was bietet Man kann mit Latein anfangen oder auch MBT wählen Amico, Amicum, Amico, Amici, Amico Und wir finden natürlich den Kunstzug am besten Also das Besondere an der Schule finde ich das Kunstprofil Das ist einzigartig hier in der Umgebung Sei es darstellendes Spiel oder verstärkt Kunstunterricht ab Klasse 5 Ich finde, Schüler haben hier einfach eine ganz andere Möglichkeit sich zu entfalten als in anderen Fächern Musik Also mir gefällt am GGS eigentlich am besten, dass es halt nicht so eine riesige Schule ist Es ist halt eher kleiner und deshalb ist hier alles so ein bisschen familiär Und jeder kennt halt jeden Und dadurch ist das Verhältnis zu den Lehrern auch sehr locker Für mich bedeutet guter Unterricht, dass die Schüler jetzt nicht nur den Stoff für die nächste Klassenarbeit lernen Sondern vor allem eine echte Persönlichkeit entwickeln Hier bei unserem GGS Club, das finde ich schon sehr gut Die Schüler haben viele Möglichkeiten eigenverantwortlich zu arbeiten bei GFS, bei Lärmzirkeln Aber ganz besonders bei unseren vielen, vielen außerschulischen Veranstaltungen Sei es Theater, sei es Munich, wir haben viele Möglichkeiten dafür Die Aula ist inzwischen wie ein zweites Zuhause für mich Also das muss ja schon was bedeuten, wenn man wirklich auch am Wochenende in die Schule kommt Und das auch noch total gerne, also ich finde es hier echt super Ich habe hier einfach schon so viele coole Erbetnisse gehabt, die ich niemals vergessen werde Und auch Freunde gefunden, die ich glaube ich niemals verlieren werde Und die mit denen ich für immer zusammen bleibe Ich bin immer wieder total begeistert mit wie viel Elan und Engagement die Schüler hier bei den Projekten dabei sind Sie stecken viel Zeit rein, Herzblut, sie sind echt dabei und dann können sie das grandios in die Tat umsetzen Also ich habe eben nicht nur in meiner Klasse Freunde, sondern eben auch in anderen Klassen und Stufen Und ich finde deswegen ist hier einfach voll die coole Gemeinschaft Also ich finde hier gut an GGS, dass man so gut auf die Zukunft vorbereitet wird Und ich weiß auch zum Beispiel, dass ich schon später mal studieren will Ja, aber eigentlich bin ich hier gar nicht weg Das GGS steht für mich für Kreativität und auch coole Musicals Aber auch natürlich für Freundschaft und Spaß Ja, genau Für die coolste Schule der Welt medival東 um St bei